Kennt ihr euch hier ein bisschen aus? Ja sicher. Ich such dir den Bahnhof. Du gehst hier runter? Ja. Geradeaus. Aber fährt da auch der Schabti der Bus, der dann zum Schabti fährt. Zum Hauptbahnhof? Nein, zum Schabti. So, aber als ich letztens den Schabti genommen habe, ist der ganz andere Lasi gefahren. Gehen Sie die erste Rolltreppe links hoch? An der Quartusi habe ich mich letztens erst verlaufen. Da könntest du dich nicht verlaufen. Doch, wegen der Quartusi hat mir dann... Dann fangst du da nochmal nach. Na, aber die Quartusi hat ja Grasit, dass ich quasi in diese Richtung lasien soll. Und da meine ich, wie soll ich in diese Richtung lasien, wenn ich gar nicht von da Quartusi... Nein, ich verstehe das auch nicht, weil ich komme da gar nicht her. Ja, ich will zum Hauptbahnhof, aber mir ist wichtig, dass ich davor zum Quartasi vorbeikomme, weil da treffe ich einen Freund. Was ist denn Quartasi? Kennst du Quartasialand? Ja. Da warst du schonmal, oder? Ja. Da stehen dann diese drei Rusas, die stehen dann nebeneinander. Und das ist halt für mich die Schwierigkeit jetzt. Wie komme ich vom Lasi zum Bahnhof? Geradeaus. Na, aber wo ist der Rasi? Welcher Rasi? Der Ratusi. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!